Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The War of Fiend unterwegs und zwar heute will ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein ganz ganz besonderes Mount und zwar gibt es einen neuen Caravan Brutosaurus oder jetzt heißt er einmal Goldgeschmückter Händler Brutosaurus. Und ja, seht ihr, das ist quasi das Caravan Mount in schwarz mit einer sehr coolen Verzierung. Wir haben nämlich hier einige Gold Elemente drauf und diesmal haben wir nicht nur ein Auktionshaus, sondern wir haben auch noch einen Postkasten. Und das ist das, was glaube ich alle Leute, die mal H unterwegs waren, schon immer wollten. Mit dem Caravan Brutosaurus musste man immer wieder in den Postkasten und hin und her laufen oder hatte diese Stanzpfeife und hat da quasi immer diese Stunde oder ne, vier Stunden Abklingzeit. Heißt, das Ding ist quasi der Caravan Brutosaurus auf Storoide. So, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das Ding können wir uns nicht ingame erspielen, sondern Blizzard hat mal wieder den klassischen Money Grab gemacht und das in den Shop reingepackt. Wenn ihr jetzt aktuell in den Shop schaut, ist das Ding nicht im Shop drin, aber ihr könnt es euch trotzdem schon kaufen. Und zwar, wenn ihr, wenn dann auf die Blizzard Seite geht oder ihr geht quasi hier in euren Client, Blizzard Client und dann einmal auf Shop. Warte mal, ich muss hier einmal zurückgehen, dass ihr es auch seht. Auf Shop, dann können wir ein bisschen runterscrollen und dann haben wir hier unten den Caravan, nee, den Händler Brutosaurus. Brustorum, bin immer noch auf Caravan Brutosaurus. Und der kostet tatsächlich 78 Euronen. Jetzt mag der andere sagen, oh, so ein teures Mount kauft keiner. Das ist gerade rausgekommen. Schaut euch hier Dornogal an. Also der Kollege, der bei Blizzard die Idee hatte, das in den Shop reinzupacken, der kriegt auf jeden Fall jetzt eine Beförderung, weil der wahrscheinlich dem Unternehmen ein paar Millionen eingespielt hat. Ähm, ja. Also ich glaube mal, das Mount habe ich jetzt so halbwegs gezeigt. Wir können hier nochmal ein bisschen näher rangehen. Wie ihr seht, es ist im Endeffekt genau wie das andere, ne, also der Caravan Brutosaurus. Bloß, dass wir jetzt zwei Händler drauf haben. Einer für Post und einer für, ähm, quasi das Auktionshaus. Also wir haben keinen mehr, der rappen kann. Aber ich denke mal, einen, ähm, ja, Jack habt ihr bestimmt alle, das auch die Rappfunktion hat. Im Vergleich kann ich jetzt auch noch kurz den Caravan Brutosaurus auspacken. Das wird es sehen. Den hat man ja damals für 5 Millionen in BFA kaufen können. Oder aktuell noch für wahrscheinlich Gold Cap im Black Market. Genau. Übrigens, ich habe gesehen, es ist nämlich ein Hortle und ein Alijar drauf. Und ihr könnt auch bei der gegnerischen Fraktion mit shoppen, beziehungsweise den Briefkasten benutzen. Juti, so viel zu dem Mount an sich. Dann noch so ein bisschen vielleicht zu meiner Meinung. Ähm, wurde ich im Stream jetzt auch schon öfter gefragt. Ich persönlich, sagen wir mal so, ähm, ich hatte mir schon gedacht, dass irgendwann in näherer Zukunft nochmal ein Aha-Mount kommt. Einfach, weil die Community natürlich da nachgelechts hat quasi. Und Blizzard ja immer versucht, so ein bisschen Fanservice auch zu bringen. Dass es jetzt im Shop kommt, finde ich schade. Ich hätte es lieber gesehen, dass man es irgendwie in Gamer hätte holen können. Vielleicht auch wieder mit Gold verbunden. Ähm, unterm Strich ist es aber für mich jetzt nicht schlimm, dass man es im Shop kaufen kann. Also das entwertet jetzt auch nicht unbedingt. Meinen alten Caravan Brutosaurus ist es okay. Derjenige, der die Idee über Blizzard hatte, wie eingangs gesagt, der hat wahrscheinlich jetzt dem Unternehmen echt einiges an Geld eingebracht. Und naja, schreibt mir gerne Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr es euch vielleicht gekauft? Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilar, bis dahin. Ciao.